Musik Mein Gott, nein! Angie ist tot, das ist auch kein Wunder Der Harlem Shake hat sie ganz schön mitgenommen Und YouTube hat sie getötet Aber das ist ja nicht so schlimm In Zeiten vom Web 2.0 Sind die Medien ja ziemlich schnelllebig Du hast die Macht, sucht den YouTube-Kanzler Denn Politik auf YouTube, das kann nicht jeder Und das soll der YouTube-Kanzler jetzt ändern Ihr seid das Sprachrohr der jungen Leute Ob Slapstick, animierte Comics Oder harter Polit-Talk Gib der Leblosenpolitik einfach mal ein Sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch Werb dich jetzt mit deinem Wahlwerbespot Und überzeug uns in maximal 100 Sekunden Dass du der absolute und vor allen Dingen erste YouTube-Kanzler bist Du bist zwischen 16 und 26 Perfekt Der absolute YouTube-Nerd Perfekt Dann bewirb dich unter www.duhast-die-macht.de Bis zum 22. März Und rock die Stage Was macht ihr denn hier? Ach, ihr wollt bestimmt noch wissen, was ist zu klauen? Ich meine, zu gewinnen gibt Und zwar eine Canon 5D Wenn das mal nix ist für euren professionellen YouTube-Channel Also rock on Yes, you canceln Ten Halt two Halt zwei machen zwisch ter and two and D Take fun Вот boom Marvin Vielen Dank.